Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende und die Frontblende. Entfernen. Drehen Sie die Frontblende um und drücken Sie die kleine Halteklammer an der Unterseite der vorderen Beleuchtungsmoduleinheit heraus. Drücken Sie die fünf Halteklammernpaare entlang der Frontblende heraus, um die vordere Beleuchtungsmoduleinheit von der Frontblende zu lösen. Entfernen Sie das Kabel des vorderen Beleuchtungsmoduls aus dem Führungskanal entlang der Frontblende. Heben Sie die vordere Beleuchtungsmoduleinheit vorsichtig aus der Frontblende heraus und entfernen Sie diese. Ersetzen Führen Sie das Kabel des vorderen Beleuchtungsmoduls durch die Zugangsöffnung an der Frontblende. Richten Sie die Halteklammern der vorderen Beleuchtungsmoduleinheit an den entsprechenden Löchern in der Frontblende aus. Drücken Sie die vordere Beleuchtungsmoduleinheit in die Frontblende, bis die Halteklammern einrasten. Führen Sie das Kabel des vorderen Beleuchtungsmoduls entlang des Führungskanals der vorderen Beleuchtungsmoduleinheit. Beleuchtungsmoduleinheit 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 Beleuchtungsmoduleinheit